Die heutige Geschichte trägt den Namen Die Schale mit Kakao Jeden Morgen um halb acht kam mein Papa von der Arbeit heim. Er nahm seinen alten Hut ab, der immer nach ihm roch. Dann stellte er seine Trompete in die Ecke des Wohnzimmers. Papa war nämlich ein Musiker in einem Jazzclub um die Ecke. Keiner konnte so spielen wie er. Meine Mama hat Papa vor vielen, vielen Jahren in diesem Jazzclub kennengelernt und irgendwann bin ich dann auf die Welt gekommen. Meine Mama liebte Papa und auch die Art, wie er Trompete spielte. Ich sah Papa nur sehr wenig, denn ich musste schon früh in die Schule gehen und wenn ich nach Hause kam, lag Papa meistens noch im Bett und ruhte sich für seinen nächsten Auftritt aus. Mama arbeitete bis abends im Obstladen, aus dem sie manchmal interessante neue Früchte mitbrachte, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie nannte sie Mangos oder, und die mochte ich am liebsten, Bananen. Wenn ich heute zurückdenke, habe ich eigentlich nie sehr viel Zeit mit meinen Eltern verbracht. Sie waren immer arbeiten. Wir benötigen dringend Geld, sagte Papa manchmal zu Mama. Trotzdem fühlte ich mich immer wohlig und geborgen, denn jeden Morgen, wenn Papa nach Hause kam und seinen Hut und seine Trompete platziert hatte, machte er mir eine große Schale mit heißem Kakao zum Frühstück, damit Mama nicht aufstehen musste. Etwas müde setzte er sich dann an den Tisch und beobachtete mich, wie ich den Kakao schlürfte und manchmal lächelte er mir zu. In diesen zehn Minuten, bevor er schlafen ging, konnte ich ihm von meinen Schulnoten und meinen Sorgen erzählen und wenn ich eine Prüfung geschafft hatte, freute er sich mit mir. Immer wenn etwas schief ging und ich traurig war, legte Papa seine große Hand auf meinen Rücken und tröstete mich. Während dieser Schale Kakao schien die Zeit, um mich stillzustehen. Ich kann mich noch erinnern, für mich duftete die Liebe vom Papa wie eine Schale Kakao und Mamas Liebe roch nach exotischen Früchten. Wenn ich heute nach all den Jahren an sie denke, meine ich immer noch den Kakao und die Früchte zu schmecken. Dafür danke ich meinen Eltern von ganzem Herzen. Ich kann mich noch den Kakao und die Früchte zu schmecken.